Er-Life Christen Nehmt und trinkt alle mich davon. Das ist mein Blut, das freue ich mich für alle. Das ist alles. Das Haus hat dem gehört, dem Beizer von Mille Fiori. Das Haus hat dem Beizer von Mille Fiori, dem Beizer von Mille Fiori. Das Haus hat dem Beizer von Mille Fiori. Ich fahre aus Osterei. So ist der eigentlich auch so. Werni macht das sauren. Schau mal, der schöne Autos. Fettig. Einige Profäme für Werni, dass du es nachher zeigen kannst. Willst du schon wieder eine hohe Nadel? Ja, es hat schon nicht gewonnen. Es ist ja schlimmer, dass der Maloja passt. Das habe ich schon schlimmer. Ja, aber der ist wenigstens gross genug für den Pustauton. Das weiss er zu sehen. Ich habe den Pustauton. Du bist so weg. Das ist so weg. Du bist so weg. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Oh ja! Ich habe es gewusst. Ich habe es gesehen. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man. Das ist nur für Pw. Länger als 10 m darf es auch nicht sein. Super. Oh, oh, oh. Wenn ich nicht rauf. Schau hier vorne. Wir müssen wieder zurück. Wir fahren einfach ganz süd. Ich kann nicht hinten. Was machst du jetzt so? Nein. Ich habe keine Angst. Ja, ja, du kommst zu. Das ist Schnee. Sehr schön. Das ist ja so grenzwertig. Jetzt kommst du zuerst rüber rein. Ich habe voll das Vertrauen in ihm. Ja. 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 Das ist nett. Ich bin alleine. Das hat noch mal. Oh je. So gut. Gut. Ich muss nur positiv denken. Ich glaube ein bisschen. Ich glaube ein bisschen. Also hier dürfen wir nie verrückt sein. Das ist meine Idee. Ja. Das ist ja nicht genug. Dann hast du schon mal. Die Möglichkeit in so kurze Zeit. Etwa 5,5 Meter. Das ist ja nicht genug. Das ist jetzt gar nicht so schön. Ich brauche noch einen Schnaps. Ich bin wegen des Schmaps. Ich habe den Schmaps. Du bist eine Krabbein. Du bist doch noch nach hinten hinein. Nein, doch. Es gibt noch Aromen. Darum sage ich, ob man ihn hier runter braucht. Ich glaube, ich brauche noch einen Schnaps. 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 Oder ein Prosecco? Nein. Hier ist Bier, das ist für die Mutter gut. Aha. Pugno! Es gehen wieder ein paar Steinhäufe. Das ist schön. Ich habe ja gesagt, da oben hat es Schnee. Schau, da unten ist die Kirche. Da unten ist sie. Oh ja. Einer hat gesagt, da hat es keinen Schnee. Ich hoffe. Aber es ist vieles Wasser. Ja, genau. Du hast gesehen, es sind nur ein Kilometer von Kussio. Ja, Kussio. Ja, Kussio. 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 Kussio.